Importieren und exportieren von Kontakten, am Beispiel des Samsung Galaxy A 2017. Fügen Sie Ihren Kontakten auf dem Galaxy A 2017 weitere hinzu oder exportieren Sie Kontaktinformationen zur Nutzung auf anderen Geräten. Die App zur Verwaltung Ihrer Kontakte befindet sich im App-Menü. Öffnen Sie die Kontakte-App, um Einträge mit einem Konto zu synchronisieren, Einträge zu importieren oder einen neuen Eintrag über das Plus-Symbol zu erstellen. Bei der ersten Erstellung eines Kontaktes legen Sie fest, ob die Daten auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden. Dies wird als Voreinstellung übernommen. Sie können den Speicherort bei jeder Kontakterstellung noch anpassen. Bitte beachten Sie, dass bei Speicherung auf SIM-Karte nur Namen und Telefonnummer angegeben werden können. Beim Speichern im Telefon können Sie viele weitere Angaben eintragen sowie individuelle Einstellungen vornehmen. Gehen Sie nach dem Eintragen der gewünschten Kontaktdaten auf Speichern. Zum Import von Kontaktinformationen im VCF-Dateiformat, auch V-Card oder Visitenkarte genannt, müssen Sie diese zuerst im internen Speicher Ihres Galaxy A 2017 ablegen. Die VCF-Datei haben Sie zuvor zum Beispiel auf einem anderen Gerät exportiert oder per E-Mail erhalten. Die VCF-Datei kann eine Sammeldatei mit mehreren Kontakten oder ein Einzelkontakt sein. Gehen Sie zum Importieren in der Kontakte-App im Menü auf Verwalten von Kontakten. Wählen Sie dann Kontakte importieren-exportieren aus und anschließend Importieren. Folgen Sie nun den weiteren Schritten und wählen Sie aus, wo die VCF-Dateien gespeichert sind, welche Kontaktdaten importiert werden sollen und wohin die Kontakte gespeichert werden sollen. Die Kontakte aus den VCF-Dateien wurden importiert. Ähnlich gehen Sie vor, um Kontakte zu exportieren. Rufen Sie dafür wieder Kontakte importieren-exportieren auf und gehen Sie auf Exportieren. Auf die SIM-Karte können Sie die ausgewählte oder alle Kontakte speichern, jedoch nur mit Namen und Telefonnummer. Tippen Sie auf Interner Speicher, um eine VCF-Datei mit allen Kontakten und allen Kontaktinformationen zu exportieren. Die exportierte VCF-Datei befindet sich nun im Dateiordner Interner Speicher. Sehen Sie sich auch unsere anderen Tipps- und Tricks-Videos zum Thema Samsung Galaxy A 2017 an.